Ja, hallo zusammen und willkommen zum nächsten Stream-Ankündigungsvideo. Ja, ich habe ja beim letzten Stream, als ich noch Urlaub hatte, ich glaube 26.8. stand das da, glaube ich, keine Ahnung, gesagt, dass ich den nächsten Stream so vielleicht um das Wochenende, um den 3. Oktober herum planen würde, oder zumindest einplanen würde. Und ja, das habe ich nicht vergessen. Ich meine, der 3. Oktober fällt zwar nicht auf dem Wochenende, sorgt auch nicht für ein verlängertes Wochenende, aber es sorgt dafür, dass in der darauffolgenden Woche ein Tag frei ist und sorgt auch dafür, dass ein Tag in der Woche, nämlich der Montag, weil dann nämlich wahrscheinlich, weiß nicht, 85% der Arbeit, die wir im Urlaub haben, ein ruhiger Tag werden wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Wochenende bietet sich sehr gut an. Und deswegen, nächste Woche Samstag am 30.09. um 13 Uhr würde ich gerne den nächsten Stream machen. Ja, spieletechnisch seht ihr ja hier in dem Bild immer noch Half-Life mit dem Schreibfehler. Ich aktualisiere zwar bei jeder Stream-Ankündigung das Video bzw. das Bild, aber ich trage dann nur statt 64, 65 das Stream ein und ändere das Datum. Also, die Schreibfehler bleiben dann so lange beibehalten, bis ich das Spiel im Stream fertig habe. Und ja, ich denke nicht, dass ich Half-Life beim nächsten Mal fertig bekommen werde. Wir sind zwar schon relativ weit, aber da kommt auch noch ein bisschen was. Und da sind vor allem noch die, ich sag mal, interessanten Passagen, die kommen werden. Ja, dann geht es weiter mit Crash Bash, wo wir beim letzten Mal zwar sehr, sehr viel Zeit mit zugebracht haben, aber sehr, sehr wenig erreicht haben. Weil ich, keine Ahnung, wie lange war das, dreieinhalb, vier Stunden an einem Level dranhing. Also nicht nur an einem Level, sondern an einer Sache, die ich geholt habe. Äh, ich denke aber, dass wir beim nächsten Mal ein paar Prozente dann auch mehr holen werden. Ja, und zu guter Letzt, äh, zum Ausklingen Super-Sweetfighter 2. Äh, ein ziemlich geiles Spiel im Anfang, in dem ich aber super schlecht bin. Äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir das beim nächsten Mal fertig bekommen werden, weil ich habe es nur mit zwei von... Oh, wie viel Charakter gibt es da? Zwölf? Sechzehn? Vierzehn? Irgendwie sowas im Dreh rum. Äh, gerade mal durchgeschafft haben. Deswegen, ich denke mal, wir werden keins der Spiele beim nächsten Mal beim nächsten Stream beenden. Und, ähm, ja, wir werden dann immerhin dafür dann auch noch was beim übrigens mal was davon haben. Gut, ja, das war's dann eigentlich schon von meiner Seite. Wäre schön, wenn ihr Zeit finden würdet, wenn ihr Lust hättet, einzuschalten. Wäre nicht auch nicht schlimm, äh, oder wenn ihr keine Zeit habt, auch nicht schlimm, weil ich werde den Stream natürlich dann hinterher wieder auch bei YouTube hochladen. Eventuell dann auch wieder in etwas abgespeckter Form, wenn irgendwelche Lieder Content-Treffer verursachen, dann kann es sein, dass bestimmte Passagen dann stumm sind. Aber egal. Gut, ja, euch auf jeden Fall noch erstmal ein schönes Restwochen, eine schöne Woche. Und, ja, vielleicht bis nächste Woche Samstag. Also, bis dahin und tschü tschü! Xin? Diagnostelle